Musik Guck mal hier Ich geh schon mal hier rein Hier bin ich Ich steh hier und fang alles auf Achso Danke dir Ja langwieriges War's noch Holz? Nee, wenn, dann waren's nur die drei Sachen Mehr hab ich nicht gefunden Andere werden's vielleicht irgendwann Meef Nein Wie viele Sachen hast du eingesammelt? Ähm Was fehlt dir denn noch? Ach, nur so total im Inventar Ich hab noch einen Wassereimer Und äh Nee, den hab ich auch Diamanten hab ich noch Ist meiner Nee, Diamant ist deiner Nee, doch, ein Diamant ist meiner Ich hab ja ein Schwert gemacht Drei hab ich gehabt Wow Meinst du, es liegt noch was drunten? Ich weiß es nicht Man sieht nix Nee Irgendwie ist es bescheiden hier Ach, manno Wie erfolgreich bin ich heute geworden? Ja, was gehen würde, ist wenn du Glowstorm mitnimmst und dann unten hin packst Versuch grad von oben zu gucken, aber da an der Stelle, wo ich das Zeug aufgesammelt hab, war sonst nichts Nee, ich glaub auch nicht Nee, ich glaub auch nicht Was hat dir denn runtergefallen? Beim Schiff halt Ja, das ist ziemlich tief Nicht gefallen, die sind ersoffen Die haben sich verhauen Nein Nee Ich hab ihn erschlossen und ich bin ersoffen So Das rennt sich auch noch Und ich bin vom High Place gefallen Warum hast du eigentlich hier in der Kabine irgendwie so wahllos irgendwelche Blöcke hängen? Das ist seltsam Meinst du mich? Ja Wo denn? Ja, jetzt nicht mehr Ich hab mal die Sachen, die ich von dir hatte, in deine Kiste gepackt Ich musste das einfach damals so aufbauen erstmal, das war ein bisschen schwierig deswegen Ach ja Ihr Rat Na, wie findest du dein erhöhtes Bett, die erhöhte Bett statt? Danke dir Das erhöhte Bett ist cool, aber es ist leider nur ein einzelnes Wie bitte? Es ist leider nur ein einzelnes, aber Achso, du meinst, du meinst, du meinst Oh, eww Meil Wer? Weiterbauen Mensch, Ria Was denn? Ich bin ja wohl die einzige von euch, die hier nicht rumrülpst Was? Was? Ich hab ja auch noch nicht ein einziges Mal geholt Was? Echt? Und Voice auch nicht, die furzt nur Was? Das stimmt allerdings Hey, ihr Arschköpfe Kommt daher dann, das Voice of Dark Da haben wir den Beweis Ja, genau Sehr geil, sehr geil Sehr geil, sehr geil Sehr gut Oh fuck Der war schon richtig gut Ich denk da jedes Mal dran, wenn ich Voice of Darkness lese Hey! Ihhh Hi o bukan T餅 großartig Ich hab mir Ich hab mich auch auch weh Voice of Darkness Dann haben wir das ideale Minecraft-Paar hier gefunden Was? Heyyy! Naja, dein Miis die Fonte Was? Was habe ich da gerade gehört? Nix. Na also doch, also. Ihr seid doch ihr Pass zusammen, Mann. Piraten stinken meilenweit. Ja, aber ich habe mich nicht so genannt. Also ich meine, man kann erstinkt, man muss sich aber nicht so nennen, oder? Ich meine, ich zeige Brusthaare. Einzündung für dich. Meine Brusthaare, die muss man pflegen. Hast du Brusthaare, Wachs, oder so? Ne, ich habe eine spezielle Lotion. Eine spezielle Bitch-Lotion? Eine Bitch-Lotion. Ich habe es auch schon. So, ich habe jetzt gerade keinen Bock auf meinen Piraten-Schiff. Kann ich irgendwo bei irgendjemandem helfen? Ich will einfach dieses Schiff gerade nicht bauen. Ich habe so eine... Ne. Der Pirat drückt mich vor der Arbeit. Von der Arbeit, genau. Genau, richtig. Ich habe das Segel letztes Mal von Weiß auf Schwarz gesetzt. Wer hat denn Bock, mit mir was zu spielen? Ich will was spielen. Was willst du spielen? Irgendein Spiel von Raza, was man kaputt machen kann. Ich will ein Spiel spielen. Irgendein Spiel von Raza, was man kaputt machen kann. Ich habe mir überlegt, ob ich nicht das 4-Gewinnt umbaue. Ja, würde ich auch machen. Mit Command-Blocks dann. Ach, du willst cheaten? Ne, ich will Command-Blocks benutzen. Warum? Weil das kann... Weil es dann einfacher ist. Mit dem Sand. Nur zum Droppen des Sandes und so, weißt du. Ach so. Okay. Die ganze Mechanik bleibt so da dran. Nur, dass ich oben den Sand dritten, dass man den nicht mehr auffüllen muss quasi. Das ist so. Also irgendwie mit zwei Bessen sieht es nicht anders aus. Ich weiß nicht. Aber es gibt mir Gedanken. Die Gedanken sind frei. Ich bin so groß. Was macht denn gerade alle? An deinem Zimmer einem Schiff. Bauen. Kann ich irgendwo mithelfen? Wir könnten ja auch was zusammenbauen, das nicht Schiff ist. Ja, los, sofort. Komm, zack. Ja, ich komme ja. Wo bist du? Wuff. Ja. Beim Feld. Hä? Was? Jetzt müssen wir nur wissen, was wir bauen. Wir bauen einfach mal eine Mief-Gedächtnis-Statue. Warum? Aus was? Ist egal. Aus Dreck und Sand. Keine Ahnung. Ja, genau. Und dann kommt Fevi wieder und denkt mir, was ist das für ein Scheiß? Oder ein paar Pflanzen. Irgendwas vergess. Irgendwas, was ich mal vergessen kann, genau. Jetzt bin ich über den Bildschirm aufgesprungen. Irgendwas schicken wir. Haben die eigentlich, die haben noch zwei Arten sitzen, haben die jetzt nämlich auch Stinkmorcheln eingeführt? Nein. Warum nicht? Das wäre das Richtige, was wir hier brauchen noch. Die sind voll die großen Pflanzen, die sind zwei Blocke hoch. Für was sind die eigentlich? Das sind ganz normale Pflanzen. Willkommen in Minecraft 172. Oder Blumen. Der Mief mit seiner pinkfarbenen Rüstung, den sieht man da hinter gar nicht. Das sind Tarnpflanzen? Ja, das sind Tarnpflanzen, definitiv. Oder wir bauen euch, wir bauen auch einen Klumpskullo in die Wallachai. Irgendwas leckt hier. Nein, bitte nicht. Deine Schafe. Hm, wer leckt denn hier? Wer hier leckt? Ja, sag was ich bauen willst. Irgendwas hat gerade geleckt. Bauen mit. Ich hatte zwischendurch immer so ein paar Drogs, äh, Dingsbugs hier. Äh, ja, pff. Ähm, lass uns, ähm, lass uns mal die Mief jagen. Ich glaube, keine Pfeile. Zum Glück bin ich weit weg von euch. Kein Problem. Du musst einfach nur, wenn ich sterbe, immer mal wieder meine Sachen einsammeln. Bin ich jetzt so ein Knappe? Wir haben auch so viele Bauprojekte, eine Brücke, zwei Häuser. Pff. Aber ich darf dir ja nicht helfen. Weiß ja nicht, wo ich bin. Siehste? Brücke bauen, das klingt voll interessant. Ich mach eigentlich, eigentlich mach ich auch gerade ja, dann baut ihr noch die Brücke vor dem Tempel von Mief. Also da ist ja schon so ein Gerüst, so ein Anfang, aber das ist ja noch nichts. Mief hat einen Tempel? Äh, das Ding, wo Schnee ist? Ach nein, dieses hässliche Ding, was er erst in den Berg gebaut hat? Ich hab dich gefunden, Mief. Ihr habt's genau gesehen. Aber ich hau dich nicht. Wie er so um den Baum rumgeguckt hat. Du bist so was. Verschwebt ein Stück Holz. Und wo soll deine Brücke hin? Ich lufte da jetzt nicht hinterher. Da ist schon eine Brücke, die muss dann wieder weg. Also das ist nur so ein Ansatz. Wir müssen ja zu Mief sein, dem Ding da. Mief hat seins ja im Berg versteckt. Zeig mir mal. Apropos Berg, Mief und Boise, wir sind ein bisschen mit dem komischen Ding da oben. Ähm, ich hoffe, ich werde diese Folge noch fertig. Ich muss das Becken da drunter bauen. Diese Folge oder diese Aufnahme? Diese Aufnahme. Es wird schon wieder dunkel. Kann das sein? Ja doch, also runter aber. Hier, Ria. Ich muss trotzdem zum Bett. Ist das so ein komisches Holz da? Also für mich geht die Sonne gerade auf. Ich weiß nicht, was ihr seht, aber für mich geht sie gerade jemals auf. Äh, nein, die geht unter. Nein. Äh, nein, die geht auch. Hässlich. Waaah, Frauen. Guck mal da, ich hab Mief entdeckt. Fingst gleich Frauen. Ja? Wie viele? Du bist so ein Jeff. Das mag ich doch. Naja, es hat mit Pfeilen geschossen, es kommt schon hin. Diese Situationskomik war sehr lustig. Danke. Ich muss zuerst realisieren, was du meinst. Aber. Hab ich meinen Namen gehört? Ey. Mein Gott. Das Skelett hat zwei Pfeile getroffen. Ja, schön. So, wo ist der? Ey. Ich sehe da vorne nur die Kuh. Treff ich die? Oh. Nein. Treff ich gleich. Gleich im Moment. Wart mal hier, ich hab ein paar Pfeile für dich. Und hinten angeschossen wurde. Da. Okay. Okay. Nächste Mal, die Brücke sieht auf jeden Fall schlecht aus. Ja, genau. Jetzt geht die blöde Kuh weg. Oh, die blöde Kuh geht weg. Ist ja krass. In dem Moment ist sie zur Seite gegangen und dann hab ich ihr nicht mehr gesehen. Oh Mann. Diese blöde Kuh. Blöde Kuh. Blöder Kuh. Die machen. Wo ist denn jetzt eigentlich die Ehe zu? Beim Gras essen. Entschuldigung. Ja, aus dem Material war dann nicht die Brücke, oder? Ne. Was, die Kuhkacke? Aus dem Material war dann nicht die Kuhkacke. Ist doch ein Scheißholz. Brücke! Achso. Hey, ist das Kacke. Das sieht Kacke aus. Kacke, Kacke, Kacke. So, wo ist denn jetzt der Mief? Die Farbe von Kacke hat sie schon. Wenn nicht jetzt. Ja, definitiv. Wann dann. Hörst du das auch immer im Radio? Ne. Was für ein Radio hörst du? Ah, Pirat. Ja. Aua. Kannst bald wirklich dein Grab einweinen? Ich packe mir auch gleich einen Bohnen. Dann bist du nicht fehlen. Ich brauche eine neue Axt. Ich meine, du musst dich ja nicht schämen für dein Radio. Wein? Nein, ich habe ein Bein. Naja, immer gerade nicht, aber. Ich meine, meine Mutter hört auch so eine Sinne. Also von daher ist es ja alles. Was hörst du im Pirat? Es war Radiowerbung. Was hörst du im Pirat? Jetzt geht's los. Daher kommt mir das bekannt vor. Star FM, hör ich. Pirat. Was? Star FM. Kenn ich nicht. Ja, zufälligerweise, wo uns noch nicht in Berlin war. Stimmt. Jetzt, wo du sagst. Hast du mir gerade eine Axt hingeschmessen? Ich bin mir gar nicht aufgefallen. Nein. Wo habe ich dann die Axt her? Keine Ahnung. Habe ich die vielleicht aufgesammelt vorher? Wie sind die Arbeitslosenquote von Berlin? Von wo du gestorben bist? Hier sind die Arbeitslosenquote. Fehlt dir eine von vorher vielleicht schon? Oh, ich sollte mich vielleicht kriegen. Ich glaube, die war bei 17 oder 18 Prozent. Ich denke schon. Oh, ich weiß, was was cool ist. Oh, guck mal, ich habe eine Diamant-Axt gefunden. Wem würden die wohl gehören? Mir. Und Kuchen. Bestimmt nicht in mir. Ein Kiwikuchen. Ich bezahle den Server jetzt, also gehört zu mir. Lecker, 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 lecker. Und die Pfeile gehören ja auch nicht ihnen. Was machen wir denn mit dem Quarzblöck? Denk mal, dass die Brücke auch aus Quarz werden soll, oder? Jo. Quarzblöckchen, aber das kann man Säulen machen. Außen ist, wenn du mal XP brauchst, dann farm Quarz. Willst du, willst du wirklich aus Quarz? Den Rand, die Mitte nicht, aber den Rand vielleicht. Warte mal, weil dann, äh, weil, geht das überhaupt? Ja, das geht. Mal gerade gucken. Was willst du machen? Ich will was ausprobieren lassen. Vielleicht kommt bestimmt ein böser Creeper von hinten. Äh, oh scheiße. Genau, das denke ich mich dann auch. Mach mal, das ist ja weg. Ja. Ne? Ne. So, wo ist mein, mein viertes hinten? So, fertig. Hier, ich hab's. Ihr wolltet es, ich hab's gebaut. Genau. Und, da halt dann, Weiß ich nicht, irgendein anderes Holz? Ja, alles dunkel. Und den Rand halt nur weiter. Warte, dann mach ich nochmal welche. Mhm. Okay. Hast du den Darkroom gebaut? Nein. Ach, den muss ich auch noch bauen. Gott sei, oh fuck, scheiße. Ich muss so vieles machen noch. Oh, Darkroom, Darkroom, Darkroom. Schnell, schnell, schnell. Wobei, dieses, äh, Schwarz, äh, Zeichenholz, oder was? Ja, kann ich nicht sagen. In meinem Textchapeck hat das keine, äh, war schon nur ne Standard, den ganzen. Das sieht halt entsprechend komisch aus. Okay. Weiß nicht, wie das bei dir aussieht. Schwarz. Nein, also, der ist ja, der ist ja dunkelbraun-schwarz eigentlich. Ja, das sieht halt nicht richtig aus. Also, hier sieht es ganz vernünftig aus, denke ich, wenn wir das, ähm, diese Half-Steps machen. Tja. Können wir was machen? Na, hier. Oh, das ist mir jetzt. Ja, das ist ja so der Gedanke. Genau, wie du meintest. Die gelben Fenster sind so hässlich. Mit dem sieht es gar nicht schlecht aus. Die gelben Fenster sind so hässlich. Egal. Äh. Dann ist es wieder verkehrt rumgedreht. Arrr, arrr, ihr langen Ratten. Was? Hä? Was? Nee. Du bist zu früh. Zu früh. Was? Für Weihnachten ist es niemals zu früh. Hallo. Wenn ich vorgestrahlen will, erst in vier Wochen Ausland passt das. Ja, warum nicht? So, wo brauche ich denn meinen Darkrum hin?